Na, wenn das mal kein schmackhaftes Angebot ist. Starkoch Jamie Oliver würde gern das Catering für die Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle im nächsten Jahr übernehmen. Gegenüber der Bild am Sonntag erklärte er, ich werde Harry und dem Buckingham Palace meine Dienste anbieten. Ich spreche zur Zeit mit 10 der bekanntesten Köche aus England und den USA. Wir wollen ein fantastisches Hochzeitsmenü entwerfen. Wenn Harry ruft, bin ich bereit. Was das frisch verlobte Prinzenpärchen wohl dazu sagen wird, bleibt abzuwarten. Bis zum nächsten Mal.